Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aktien-Update-Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab sei natürlich wie in jedem Video erstmal gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist, wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, heute geht es mal um eine Aktie, die, denke ich mal, jeder von euch kennt. Und zwar dreht es sich um RWE. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, und zwar, dass RWE die Prognose gesteigert hat und die Aktie heute auf jeden Fall auch deutlich im Plus ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute alleine 3% Plus gemacht, hier von 40,35 Euro auf ca. 41,41 Euro gesprungen. Ja, die letzte Woche sieht man das jetzt nochmal genauer. 3,22% Plus gemacht die letzten 5 Tage. Der letzte Monat hier 14% und das letzte Jahr sogar 34,84%. Entspricht 10,70 Euro. Maximale Ansicht hier bei 120% im Plus. Und maximale Ansicht heißt hier seit 2017. Es ist natürlich auch eine Aktie, die sehr spannend ist, für den Winter vor allen Dingen. Wir wissen ja alle, was gerade so in der Welt passiert. Und ja, ich wollte euch den Artikel hier mal vorstellen. Und zwar hat der Energiekonzern RWE auf Basis vorläufiger Zahlen seine Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt. Die Experten bei den Investmentbanken schielen derweil schon auf die nächste positive Nachricht. An der Börse ging es für die Aktie hingegen dieses Jahr bislang nicht nur aufwärts. Was bei RWE los ist, ja, die Analysten sagen und die Aktie macht. RWE profitiert natürlich aktuell von hohen Energiepreisen. Rund zwei Wochen vor der offiziellen Zahlenvorlage zum zweiten Quartal war Ende Juli bei RWE schon klar, das reicht. Und so hub das Management um Chef Markus Kreber erneut seine Jahresprognose an. Es werde erwartet, dass sich die positive Ergebnisentwicklung aus dem ersten Halbjahr fortsetzt. Auf Konzernebene wird deshalb nun ein bereinigtes operatives Ergebnis von 5 bis 5,5 Milliarden Euro erwartet. Das ist jeweils über ein Drittel mehr als zuvor. Und auch die alte Spanne hatte RWE schon Mitte Februar nach oben korrigiert. Das erste Halbjahr sei von einer außerordentlich starken Performance im Energiehandel geprägt gewesen, begründete der Finanzchef Michael Müller die ganze Entscheidung. Hier profitiert RWE von den hohen Energiepreisen. Wie die sich aber weiterentwickeln, weiß so recht ja niemand momentan. Und so bleibt auch RWE vage, während der Energiehandel laut vorläufigen Zahlen schon in den ersten sechs Monaten 545 Millionen Euro zum operativen Ergebnisbeitrug lautet die Prognose für das Gesamtjahr lediglich deutlich über 350 Millionen Euro. RWE zählt das Segment zu seinem Kerngeschäft zusammen mit der Windkraft an Land und auf See, Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas. Im vergangenen Jahr steuerte das gesamte Kerngeschäft gut drei Viertel zum operativen Ergebnis bei. Dieses Jahr soll der Anteil, wenn es gut läuft, weiter wachsen. Gleichzeitig wurde die Prognose für das Nicht-Kerngeschäft lediglich bestätigt. Hier bündelt RWE seine Geschäfte mit Kohle und Kernenergie. Die dort produzierten Strommengen hat der Konzern bereits im Voraus verkauft. In Zukunft könnte gerade dieser Bereich allerdings noch mal neuen Schwung bekommen. Denn die Bundesregierung will ja, dass Kohlekraftwerke wieder fit gemacht werden, um die Gasspeicher schneller füllen zu können. Kraftwerke, die bislang als Netzreserve dienten, sollen zur Produktion genutzt werden. Und solche aus der Sicherheitsbereitschaft gehören ab dem 1. Oktober der neu geschaffenen Versorgungsreserve an. Bei RWE würde das die Blöcke E und F des Braunkohlekraftwerks Niederaußen betreffen und den Block C des Braunkohlekraftwerks Neurad. Zusammen haben sie eine Leistung von 900 Megawatt. Eigentlich wären diese jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr komplett stillgelegt worden. Auf Zurufen der Bundesregierung könnte RWE sie nun bald wieder anschmeißen. Aber das ist Zukunftsmusik, wenn auch mit veralteter Technologie. Im ersten Halbjahr spielte das Segment keine allzu große Rolle und steuerte noch nicht mal ein Fünftel bei. Laut den vorläufigen Zahlen erzielte RWE auf Konzernebene ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2,86 Milliarden Euro. Das ist über 60 Prozent mehr als jetzt im letzten Jahr. Zugleich teilte RWE mit, dass sich die positive Entwicklung auch 2023 fortsetzen solle. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten wird jedoch eine neue Ergebnisprognose für 2023 oberhalb der bisherigen Prognosen erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die endgültigen Zahlen kommen, wie wir hier auch sehen, am 11. August. Ja, und das sagen die Analysten. Nachdem RWE jetzt erneut die Jahresprognose nach oben geschraubt hat, geht der Blick der Experten bei den Investmentbanken und Analystenhäusern weiter in die Zukunft. Sie schielen auf die Hinweise des Konzerns für kommendes Jahr. Für RBC-Analyst John Musk kam das höhere operative Ergebnisziel nicht ganz überraschend. Er sieht auch für 2023 und darüber hinaus noch Luft nach oben. Ähnlich äußert sich Olli Jeffrey von Deutsche Bank Research. Er findet, dass RWE trotz der deutlichen Anhebung des Ergebnisziels für dieses Jahr immer noch vorsichtig in die Zukunft blickt. Und auch Jeffreys Experte Achmed Fahrmann erwartet, dass mit der Ankündigung des Konzerns entsprechend die Markterwartung für das operative Ergebnis jetzt im Jahr 2023 steigen könnte. Alberto Gandolfi von Goldman Sachs lobte RWE. Das Unternehmen sei derweil mit Blick auf die drohende Energieknappheit in Deutschland gut aufgestellt. Werner Eisenmann von der DZ Bank sieht deshalb auch gute Chancen für die Anleger durch die positive Entwicklung im flexiblen Bereich Wasser, Biomasse und Gas. Sollte nun auch den Marktteilnehmern klarer werden, dass RWE ein Profiteur von Stromengpässen, einer höheren Aufmerksamkeit für Versorgungssicherheit und einem wahrscheinlich dauerhaft höheren Strompreisniveau sein wird, schrieb er, zudem sei RWE mit dem äußerst starken Offshore-Windbereich sowie der Fokussierung auf Wasserstoff und erneuerbaren Energien ein Hauptprofiteur einer nochmals beschleunigten Energiewende. Ja, was meint ihr zu RWE? Bleibt natürlich ein spannendes Thema. Jetzt auch in Betracht auf den kommenden Herbst bzw. auf den kommenden Winter bleibt es natürlich sehr, sehr spannend. Und ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Es war ja immer hier zu Beginn des Jahres, wie man auch gut sieht, ein Auf und Ab. Beginn des Jahres hier genau. Da sehen wir Anfang bzw. Ende Februar. Da wissen wir alle, was passiert ist und dann gab es immer mal wieder so Ups und Downs. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich extrem freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dann.